Wein-Testing in 90 Sekunden. Heute habe ich jetzt einen 22er Surolj von Vangujitana aus Moldawien ausgesucht. Ganz passend jetzt für Frühling und Sommer. Wir haben jetzt hier in der Nase direkt schon Erdbeeren, Zitrus. Erdbeeren kommen vollmundig raus. Zitrus ist eine schöne, frische, spritzige Säure, lang am Gaumen. Es macht richtig Spaß, so einen Wein im Sommer, wenn es draußen schönes Wetter ist, auf der Terrasse, aber auch zu Meeresfrüchten, zu Fisch, kann ich mir den sehr gut vorstellen. Das sind die zwei Rebsorten, typische Rebsorten aus Moldawien, Saperavira, den die zwei Winzerinnen vom Wein-Gujitana oder die Eigentümerinnen zusammen machen. Schon seit vielen Jahren. Man sieht es auch so anhand der bauchigen Flasche, die zwei Hände der Schwestern. Und ja, das sollte ein unkomplizierter, toller Spaßwein sein, der aber auch wunderbar beim Essen zu genießen ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut doch mal in den Shop hinein und dort könnt ihr ihn auch gerne online bestellen. Ich danke euch. Zum Wohl!